Seit dem 11. September 2001 befindet sich die Vereinigte Staaten von Amerika ja in einem Krieg, also in dem War on Terror, dem Krieg gegen den Terrorismus. Und der besteht seit ein paar Jahren daraus, dass sie Menschen meistens aus der Luft durch Drohnen hinrichten, von denen sie vermuten, die könnten mal Amerika angreifen. Und dieser Krieg wird auch von deutschem Boden aus geführt, also über militärische Einrichtungen, von denen Drohnen hier gesteuert werden oder die Einsätze geplant werden, zum Beispiel in Stuttgart oder in Rheinland-Pfalz, aber auch konkret hier in der Region aus dem Flughafen Halle Leipzig, wo die Soldaten in diese Kriege, die amerikanischen Soldaten in diese Kriege fliegen. Und da haben wir ganz, ganz unterschiedliche Dinge gefunden, also der CIA-Aktivitäten hier in Deutschland, NSA natürlich, Secret Service, wie die hier in Deutschland walten und schalten und diesen Krieg halt unterstützen vom deutschen Boden. Jetzt ist es vor allen Dingen, ich habe die Frage aufgeworfen, oder die beschäftigt mich dabei, inwiefern leistet denn da die Bundesrepublik Deutschland eine Hilfestellung oder aber ist tatsächlich selber stärker involviert, als das vielleicht durch Mandate der Parlamente, also des Bundestages gedeckt sein kann? Das sieht man zum Beispiel daran, dass es in Stuttgart ein ganz großes Regionalkommando des US-Militärs gibt, das sogenannte AFRICOM, und das ist dafür zuständig, alle militärischen Aktionen in Afrika durchzuführen. Und dazu gehören auch schon über 100 Drohnenangriffe, zum Beispiel in Somalia. Und dieses Kommando wurde im Jahr 2008 hier installiert, nachdem es geheime Gespräche hinter verschlossenen Türen gab mit dem deutschen Außenministerium, mit dem deutschen Verteidigungsministerium. Und eigentlich müsste so ein Kommando, wenn hier 1500 Soldaten, Amerikaner von hier aus Krieg führen, im Parlament hier bestätigt sein. Also es müsste eine Abstimmung geben müssen im Bundestag, sagen Verfassungsrechtler, und das hat es nicht passiert. Und dass die Bundesregierung das auch vor uns Bürgern geheim halten wollte, sieht man auch daran, dass es in den Wikileaks-Kabeln einen Hinweis gibt, in dem steht, liebe Amerikaner, wir erlauben euch das, aber bitte nicht so eine große Glocke hängen, das würde zu unnötigen Diskussionen in Deutschland führen. Und das ist eigentlich nicht gewollt, dass wir hier wissen, wie Deutschland in diesem Geheimkrieg eingebunden ist. Welche Gründe gibt es in Ihrer Ansicht nach dafür, dass da die Bundesregierung gewillt ist, sozusagen die Normen, die politischen Normen zu brechen, um Hilfeleistungen zu geben? Das sind sehr unterschiedliche Gründe. Auf der einen Seite ist es natürlich, dass sich die Politiker davon auch was erwarten. Also wenn sie zum Beispiel Asylbewerber, die hier ankommen, aus Krisenregionen vom BND befragen lassen und dort Informationen, kriegsrelevante Informationen aus den Krisengebieten sammeln, also wo ist eine Kaserne, die beschossen werden kann, wo wollen Al-Shabaab oder Al-Qaida-Kämpfer zum Beispiel und die sie dann weitergeben an die USA, diese Informationen, das brauchen sie, um eben auch mal was in der Hand zu haben und nicht immer nur von den Amerikanern was zu bekommen. Die NSA hört uns ja alle ab und diese Informationen, wenn die Deutschland relevant sind, fließen auch wieder zurück an die deutschen Geheimdienste. Und es würde sehr dumm aussehen, wenn man immer nur was haben will und nie was gibt. Und deshalb wird da unterstützt, wird auch gesagt, ja, wir sehen das nicht so eng, ihr könnt ruhig hier euer Kommando eröffnen, ihr könnt hier ruhig die NSA-Station führen, wir kriegen ja auch was von euch. Und wenn man ganz zynisch ist, könnte man sogar sagen, die Amerikaner machen die Schmutzarbeit für uns. Also es sind auch schon fünf Deutsche, durch Drohnen getötet worden in den letzten Jahren und die sind mutmaßliche islamistische Terroristen gewesen. Man weiß es ja nicht, es gab ja kein Gerichtsverfahren, wo sie angeklagt wurden und sie verteidigen konnten, sondern sie wurden einfach aus der Luft ermordet. Und da sagt die Bundesregierung, ja, dann lassen wir das doch die Amerikaner machen. Wir geben alle Informationen, die wir über diese deutschen Bürger haben, weiter und dann schießen die die ab. Da haben wir nicht die Drecksarbeit, uns darum zu kümmern. Das Wort Geheim funktioniert ja nur dann, wenn das auch stimmt, auf Ihrer Homepage, also auf der Homepage, zu der auch Sie, wenn ich richtig informiert bin, mitarbeiten. Dieser, da heißt geheimerkrieg.de. Da sind ja nun diverse Orte zu finden. Wenn man mal so ganz oberflächlich auf das Bild guckt, sind da so ein paar Punkte in Deutschland zu finden. Zoomt man hinein in die Landkarte, die man da findet, dann werden das immer mehr Punkte. Das heißt also, es ist offenbar geworden, an welcher Stelle da scheinbar unrechtmäßig an kriegerischen Handlungen von Deutschland aus teilgenommen wird oder aber die Deutschen involviert sind. Was ist denn die Reaktion auf Ihre Arbeit bislang? Sehr unterschiedliche Reaktionen. Auf der einen Seite hat die Generalbundesanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Dann gibt es in den nächsten Wochen einen Untersuchungsausschuss im Bundestag, der von der Linkspartei und den Grünen beantragt wurde, wo viele natürlich NSA-Themen und die Snowden-Entschuldung Thema sein werden, aber auch unsere Dinge, die wir da herausgefunden haben. Und dann ist unter anderem auch diese Hauptstelle für Befragungswesen, von der ich gerade gesprochen habe, wo Asylbewerber eben ausgerutscht werden, wenn sie hier ankommen, um Geheimdienstinformationen zu erlangen. Die wurde nach 60 Jahren, nachdem wir darüber berichtet haben und die nicht mehr geheim war, wurde die jetzt geschlossen. Also ein bisschen was ist da schon in Bewegung geraten. Hier um die Ecke, also Sie sind gerade in Leipzig, ich sitze hier in Halle und mittendrin liegt der Flughafen, der ein Drehkreuz ist für Streitkräfte. Also wer schon öfter dort angekommen oder weggeflogen ist, sieht gerne mal so Flugzeuge von World Airlines oder sowas ähnliches steht da drauf. und raus kommen junge Männer, die mehr oder weniger uniformiert sind. Die werden da umgelagert und dann in die Kriegsgebiete gebracht. Dagegen gibt es seit Jahren, seitdem das bekannt ist, Proteste. Bürgerinnen, Bürger, die da hingehen und sagen, das darf nicht ein Dreh- und Angelpunkt für Kriegsführung sein hier, der zivile Flughafen Halle Leipzig. Das Ergebnis ist, es findet bis heute statt und es sieht auch nicht so aus, als wenn es passieren würde. Ihre Arbeit ist ja auch eine, die ich jetzt mal einordnen würde in die Aktion dagegen. Und zwar gegen die Teilnahme, gegen eine inoffizielle Teilnahme. Wenn das parlamentarisch abgesegnet wäre, wäre es ja nochmal eine andere Fragestellung. Was muss denn passieren, um damit umzugehen? Also mit dieser Teilnahme an kriegerischen Handlungen, die bislang eher so unter dem Deckmantel des Geheimen passieren? Na, unsere Position ist, dass wir finden, dass die Bevölkerung darüber informiert sein soll, was hier passiert und was die Politiker hier verabschiedet haben. Also wir sagen gar nicht, dass es per se schlecht ist, dass man sich wehrt gegen asynchrone Kriegsführung. Also dass Menschen hier mit Sprengstoffgürteln in unsere Städte laufen und hier sich in die Luft sprengen wollen. Also ich, da habe ich auch keine Lust darauf, dass mir das passiert. Aber die Sache ist, dass wir darüber informiert sein müssen als Bevölkerung. Und dass wir mitentscheiden müssen, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Und dann, wenn wir das wollen, müsste unsere Verfassung geändert werden. Weil da ist ganz klar geregelt, dass von deutschem Boden aus kein Angriffskrieg mehr geführt werden darf. Und auch nicht unterstützt werden darf und auch keine Vorbereitung eines Angriffskrieges möglich sein darf. Und wenn dann amerikanische Soldaten von Halle-Leipzig fast täglich in Kriegsentsätze fahren, dann ist das deutscher Boden, von dem ein Angriffskrieg auf zum Beispiel den Jemen oder auf Afghanistan geführt wird. Und das ist ein Widerspruch. Und auf diesen Widerspruch wollte ich mir hinweisen. Und wir sind, ehrlich gesagt, ein wenig überrascht, dass es da jetzt nicht so großen Aufschrei von den Menschen, die in Deutschland leben, gibt, die sich da drüber beschweren, dass eben hier ein Widerspruch besteht zwischen dem, was uns unsere Politiker erzählen und dem, was passiert hinter verschlossenen Türen. Ja, das Parlament hält ja auch ein bisschen still. Sie sagen zwar, es gibt einen Kontrollausschuss beziehungsweise es wird ein Untersuchungsausschuss eingerichtet, der sich damit beschäftigt. Aber eine große Debatte im Bundestag ist es nicht. Woran liegt das eigentlich? Ich glaube, das ist natürlich, Politiker tun auch immer nur das, wo sie Angst haben, das könnte ihnen bei der nächsten Wahl schaden oder ihnen helfen. Und das ist ein Thema, was natürlich hochkomplex ist. Wenn wir dann aufdecken, dass es in Rammstein eine Satellitenrelaisstation gibt, da muss man erst mal technisch verstehen, was damit eigentlich passiert. Wenn wir dann aber sagen, ja, also ohne diese Satellitenstation könnten Drohnenangriffe in Afrika zum Beispiel oder im Nahen Osten nicht geflogen werden. Das sagen die Amerikaner sogar selbst. Also ein ganz, ganz wichtiges Detail, um diesen Krieg zu führen. Aber man muss sich damit beschäftigen. Und das passiert eben nicht auf deutschem Boden. Und da ist wahrscheinlich so eine Abstimmung. Ja, irgendwo passiert was. Und es ist nicht so emotional aufgeladen. Das Gleiche war bei der NSA-Enthüllung ja auch zu bemerken. Erst nachdem Angela Merkels Handy bekannt wurde, dass das abgehört wird, gab es irgendwie so eine emotionale Empörung in der Bevölkerung, weil das einfach zu verstehen war. Aha, unsere Kanzlerin wird abgehört, schlimm. Und solche einfachen Mechanismen gibt es bei diesem Thema nicht. Und das ist sehr weit entfernt von vielen Menschen. Und dann kümmern sich Politiker auch eher selten darum, wenn sie nicht befürchten, dass das irgendwas an ihrer Wiederwahl gefährden könnte. Jetzt hat ja damals der Herr Schröder gesagt, nach dem 11. September Solidarität und uneingeschränkt und egal was, wir stehen zu den USA. Auch die Affäre um NSA und so weiter haben ja vielleicht an der Stelle gar nicht so viel bewirkt an Umdenken. Sie haben es gerade gesagt, woran das liegen könnte. Was fehlt Ihnen denn? Was uns fehlt? Uns fehlt Ehrlichkeit. Wir finden es gerade auf der einen Seite nicht sein, dass sich deutsche Politiker, auch Gerhard Schröder, international hinstellen und sagen, wir sind ja im Grunde genommen eine pazifistische Nation. Natürlich, unsere historischen Würde, die wir mittragen mit dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, würde nie wieder Deutschland nie wieder in Krieg führen. Und dann hat Schröder sich auch beim Irak-Krieg ganz publiziträchtig enthalten beim UN-Sicherheitsrat, dass Deutschland sich daran beteiligt. Und dann hintenrum werden trotzdem BND-Mitarbeiter nach Bagdad geschickt, die dann dort Ziele suchen, um den Amerikanern zu helfen in ihrem Krieg. Und das ist eine Unehrlichkeit, die wir so den Politikern nicht durchgehen lassen wollen. Wenn sie finden, dass Deutschland mit Kriege führen soll, dann soll das offen hier in Deutschland diskutiert werden. Da soll das Parlament darüber abstimmen können und nicht, dass das hintenrum passiert.